das beta bombardement geht weiter und damit willkommen hier bei me apple cat jawohl wir haben noch eine neue beta von ios 14.5 bekommen die beta 7 so viele waren das jetzt schon die beta 7 das ist schon eine ganze menge und die kam vor zwei tagen heraus und ich habe mir absichtlich zeit gelassen euch das ganze hier zu präsentieren hier seht ihr noch mal die update größe klein war es 150,1 megabyte speicherplatz mäßig vor dem update 57,33 hinterher 57,3 also summa summarum hat sich da bei mir mal gar nichts getan und ich habe mir extra die zwei tage zeit gelassen weil ich wollte schauen ja was ist alles neu haben sie was neues reingebracht gibt es was zu berichten und ja nein nicht wirklich um ehrlich zu sein bis auf eine sache die mir aufgefallen ist und die dreht sich erneut um die wo ist app und da noch mal hier unten auf dem tab wo objekte steht wenn ihr dann hier hochwischt könnt ihr einmal hier hingehen objekt hinzufügen habe ich euch bereits gezeigt das ist nichts neues aber wenn wir jetzt noch mal hochwischen dann kommt hier noch was neues und zwar gefundenes objekt identifizieren hier könnt ihr es genau sehen also gefundenes objekt identifizieren und dann wird dann noch mal nach dem objekt gesucht das ist also eine funktion wenn ihr irgendwas findet jemand hat den bekannten aber noch nicht released eine airtag irgendwo dran ihr habt einen schlüsselbund gefunden da ist ein airtag dran dann könnt ihr hiermit dann quasi auslesen und scheinbar denjenigen dann ausfindig machen dem eine nachricht schicken oder sowas in die richtung also eine sinnvolle sache das ist auf jeden fall neu das ist mir aufgefallen und was auch neu ist ist das apple das ganze hier das wo ist das finden von objekten und dingen freigeschaltet hat für drittanbieter das heißt ein drittanbieter kann das jetzt auch einbinden und sagen hier mein keine ahnung mein portemonnaie hat eingebaut wo ist also wenn das verloren hast kannst du das hier mit der apple app dann finden finde ich eine gute sache dass das nicht nur rein auf die airtags also auf die kleinen dinger dann die man irgendwo dran befestigen kann limitiert wird wenn sie denn mal erscheinen im ja keine ahnung april mai juni also ich sag mal 2021 damit liege ich auf jeden fall richtig ja aber mehr habe ich hier nicht gefunden ansonsten ja was soll man erwarten die beta 7 was soll da noch kommen kleinere bug fixes natürlich und deswegen schauen wir direkt noch mal in die geekbench werte geekbench 4 3 3 3 1 im single und 6000 japp über die 6000 wieder sehr schön beruhigt mich 6096 im multicore denn ihr seht gleich warum ich hier etwas beruhigter bin in der vorherigen beta hatten wir 5196 punkte im multi und jetzt sind wir wieder über den gewohnten 6000 so wie das eigentlich meistens war so um die 6000 hatten wir meistens gehabt das ist eine performance mit der bin ich zufrieden das beruhigt mich aber um mich voll zu beruhigen schauen wir noch mal auf den geekbench 5 das sind die aktuellen werte der beta 7 725 im single und 14 25 im multi auch hier scheuen wir den vergleich nicht und sehen noch mal ja da sind wir jetzt wieder richtig ordentlich unterwegs in der beta 6 hatten wir im single 650 das heißt 75 punkte haben wir zugelegt und im multi hatten wir nur 920 da haben wir also ganze 500 punkte fast zugelegt ja ja so muss das sein und ihr seht auch im vergleich jetzt zu den älteren werten liegen wir hier gerade im multicore wirklich sehr sehr gut also das gefällt mir also es sieht irgendwie so aus als hätten sie hauptsächlich hier irgendwie die performance noch mal ein bisschen vorangepusht so dass sie doch bitte 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 endlich die ios 14.5 releasen können ich will endlich hier meine apple watch oder mein iphone mit der apple watch entsperren wenn ich meine gesichtsmaske an habe im zug es geht mir so auf den nerv so aber ich lege mich jetzt mal wieder fest wie bei fast jedem video es dauert nicht mehr lang beim letzten mal habe ich gesagt noch zwei wochen das war vor einer woche jetzt würde ich sagen ja das kommt jetzt bestimmt in ich kann mir nicht vorstellen dass noch eine beta kommt ich sag mal nächste woche wahrscheinlich vielleicht drücken wir mal die daumen dass es dann endlich rauskommt ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden was hier die betas und weitere updates und neuerungen anbetrifft freunde also bleibt gerne hier bei mir dabei und dann wäre es das für heute schon gewesen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal macht es gut